Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge GBE Und ja, wir finden uns hier bei den Ausgaben. Ich bin mit dem Ausgucker 1 Gute Wahl Hier ist jeder Ausrang, ja Jeder Ausrang ist richtig, was ist das hier? Ja, das ist ein pinker dampfender Haufen Bobo Freue dich Ja, irgendwie freuen Hier Was macht er? Oh, Emeralds Oh, okay Was ist sonst noch was hier irgendwie? Gute Wahl, ja, das war Das guckste Ding da Hi, was geht? Ich heiße Mari Wobei, oder was auch immer Was hier Baum Baum Das wird mit Auf dem Dach Eine schämliche Ecke Äh, was ist das hier? Wassertrumpfen Perfekt Ohne Eis gebaut Aha Woher 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 Warten auf ihre Ertung Wow Das ist schon Kann Hier, oh Oh, hier ist krank Wo steht hier rechts rein? Ne? Hihihi Und sonst Das war so klein Das war so intelligent Das war sehr intelligent Ich vergesse immer, ich bin Eigentlich immer sowas auf dem Server gewohnt Und ja Da ersetzt sich der Block einfach direkt Ja Ich drück den Knopf hier Warten Sie auf Hilfe 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 Warten auf Hilfe Ich bin dafür geholt Die Wettungsräfte sind geflüchtet Ja, das war so klein Gib ihr Geld Sie müssen das Feuer löschen Ja, keine, keine, keine Wir haben alle keine los Auf unser Leben auf Spiel zu setzen Setzen Gehen Sie die Tür In den abgesenckten Bereich Hier Hier brennt's Hier war mal ein Büro Jetzt ist nicht alles so schmolzen Das Gericht brennt, aber ist egal Wie geht das war schon ein bisschen schlaf, ne? Es geht würde Die ganze Bude brennt ab, aber ich erst mal schlafen So, was ist hier? Case of Feuer Case of Fire Wursparten Wait until Water Is over Drück mal den Knopf Und Der Butter wurde gelöscht Bitte durch die Kleidung weiter gehen Du Mh Dammt Ich krieg's nicht hin Hilfe Nein Ich geh grad immer gegenüber 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 gestoßen nicht was jetzt das war ich muss doch nicht geht aber gehen oder ein sondern sieben die kritik hat die mögliche es hat alle gesehen ich will gegen gestoßen so und der leute abteilung der kontrolle des hebeln zum öffnen der türde korridor wo ist das hier das war das mit der schrift ist dann schon so hier ja das kann man doch hier wird gehen zurück so hier doch oder getauscht feuer da wie seriös gut gemacht GBA Geld sie können von sich behaupten die Ausbrücke bestanden sind und auch mal die Firma bei Großbritannien bereit zu haben jetzt nur zur Urkulübergabe dem Büro Kartentrakt das geht jetzt kannst du lesen wow Klammertrakt Kakerlaken-Trakt Bürokratentrakt ja gehen wir hier lang wie langsam ist das jetzt zu Ende hier zum Schilder der Bürokratentrakt wird definiert von Kiki Kaki-Kiti der Höhlenmiete vom Outer Space ok und hier haben wir hier was Kackpott Mr. Oberbürokrat Wunsch über die Bürok uch was war das Score 41 Maragde Glückwunsch aber was war hier und wir haben 40 wir haben 40 Maragde uns wird ein 1-Jahrs-Markt aaaah inwiefern wir uns 1-Jahrs-Markt naja äh jo so gar brauche ich auch nicht hier äh ja dann über das Buch ich weiß nicht wo das war und hier herfolgende Arbeitagent mit dem auf dem Klo und unerledigte Geschäfte zu tätigen werden und deswegen können sie hier mal schauen wie hoch ihr Score ist das war's nächste Woche lernen sie dann noch schreiben und das Lösen gewinnen dann sind sie endgültig einsatzbereit das war's wegtreten ja anscheinend habe ich die map durchgespielt es war eine sehr sehr geile map und ich glaube ich bin dann auch bei GBE 2 2.0 ja äh war eine ziemlich leise map äh ja was sich auch interessieren würde so ich hab noch hier und ob ich weiß und rüberfliegen da hat diese kuscheldinger hier 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 war das mit äh ja hier der kurse Jump hier jo ziemlich nice so was haben wir hier ey äh ist ein Fachfeldanzug gebaut anscheinend joh 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 äh joh joh das wäre es dann eigentlich schon gewesen von GBE wir haben die map also durchgespielt äh es war eine sehr sehr geile map und ich glaube ich würde dann GBE 2.0 spielen äh joh joh das wäre es dann gewesen von GBE äh 1.0 wenn euch das Projekt und auch das Video gefallen hat dann lasst eine positive Bewertung da abonnieren nicht vergessen und tschüss bis 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 Vielen Dank.